Ich denke schon, dass NGOs damit sich inzwischen fast täglich auseinandersetzen müssen, wie sie im Web angegriffen werden. Ich glaube, es ist eine Fortführung dessen, was man auch in der realen Welt erlebt, dass viele NGOs für ihre Arbeit angegriffen werden, dass sie sich für Menschenrechte einsetzen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die ein sehr starkes Interesse daran haben, auch ihre Präsenz im Web zu boykottieren und auch da bereit sind, Ressourcen zu investieren, um Webseiten zu boykottieren, Informationen abzufangen etc. Ich glaube, für NGOs ist es etwas, was sie täglich im Kopf haben sollten, wenn sie ihre Arbeit machen und dabei im Web aktiv sind. Was würden Sie als betroffene NGO anderen NGOs empfehlen, um sich gegen Cyberattacken zu schützen? Ich glaube, das muss jeder NGO für sich ein bisschen entscheiden, wie man das macht. Aber man sollte es nicht hinnehmen. Man sollte sich erst mal informieren. Gibt es andere Organisationen, die betroffen sind? Wie gehen die damit um? Das hat natürlich immer mit der Größe der Organisation zu tun, in was für einem rechtlichen Arm die agieren. Aber ich glaube, man sollte sich Beratung holen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt. Wie kann ich angegriffen werden? Viele dieser Sachen ändern sich ja ständig. Und dass man da ein bisschen technisch oder auch ein bisschen Informationen hat, was überhaupt auf einen zukommen kann, ist sehr wichtig. Und wenn man angegriffen wurde, das hilft dann, glaube ich, auch, um tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, dass das nicht nochmal vorkommt. Und wenn man das nicht mehr macht, dann geht es um einen guten Weg. Und wenn man das nicht mehr macht, dann geht es um einen guten Weg. Und wenn man das nicht mehr macht, dann geht es um einen guten Weg. Vielen Dank.